Dann ist der angefangen Scheiben erhöht und gesenkt ist... Das ist mal gesenkt. Jetzt jedenfalls nichts mehr. Ich glaube Widerstand war das. Beteiligung und Widerstand gesenkt. Na gut. Weißt du, wie du bist schon tot? Okay, das fliegt schnell. Dann machen wir das Vieh auch eben noch schnell fertig. Ja. Ja, bei dem Schaden auf jeden Fall. Na tschüss. Was? Kommst du mal runter? Au. Aber fies. Hat's kaputt gemacht? Natürlich, wer sonst... Oh blöd, wie viel Erfahrung? Oh, Golemf und Qualitätsstein. Das ist gut. Das sind gute Items. Kann man immer gut gebrauchen. Geburt. Gib alles. Du hast verloren. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich habe den kleinen Darlene mit einer speziellen Kleine, die sich selbst destruktiviert, wenn er verletzt wird. Ich bin ziemlich clever, wenn ich so selbst sage. W-W-Wat die Hölle? Bye-bye, Mart Mart. Ich werde sicher, dass Commander Brute wissen, dass du mitten bist. Ich werde das jetzt mal nicht machen. Ich werde das jetzt nicht erneut. Ich werde das jetzt nicht erneut. Nein! Bitte, ich... Ich will nicht sterben. Ich werde mich nicht erneut. Emil, was sollen wir tun? Allow mich. Servus der Dunkelheit, auf meine Wille. Zenebray! Please, stay back! Stay back! Lauf mir hinterher! Tenebray! Answer me, Tenebray! He's not... He's not dead, is he? He can't be... It... It's just like what happened with Corinne. TENEBRAY! What? What is this? The Centurions... Centurions will rise time and time again. All that is needed is the power of Lord Radatosk. This is the reason why I should be the one in control! Emil? Don't worry. The Centurion told me that Tenebray is only asleep. I'm gonna go after him. What do you mean, go after him? Where? The Temple of Darkness. If it's the same as the other Centurions we've encountered, then there should be an entrance to the altar in there. That's where we'll find Tenebray! Now I understand. I'll go with you. What about you, Regal? I'll meet with his majesty and advise him on the situation with Glacchias' core first. After that I'll follow you. Whatever. Alright, then we'll meet you there! The Centurions are such mysterious creatures. You got that right. I mean, they just return to their altars when they're injured. Actually, when they are inflicted with so much damage that they revert to their core state, they're supposed to return to Ratatosk himself. Then Tenebray is with me? But Ratatosk is also currently in core form, without his powers. He doesn't have the strength to heal the Centurions. So Tenebray returned to his altar. Or at least that's what they said. You mean the other Centurions? Yeah. Wait, so if Ratatosk wasn't taking his nap, there'd be no need to go to the Temple of Darkness? If Ratatosk was awake, we wouldn't be on this journey in the first place. Oh, right. Hey, do you think Tenebray is really okay? Yeah. He's just changed back into a core, right? He's not dead or anything, right? No, he's not dead! You don't have to yell at me, you know! Sorry. A Centurion can always be revived, as long as their Monosaurus doesn't dry up. They're like summon spirits in that way. Okay. The Centurions say it's not a question of his being alive or dead. Okay, I get it. I'm sorry. I shouldn't panic just because I don't understand. No. I like you better angry than meek and apologetic. Emil in Ratatosk-Mode tells it straight like a man. No. I don't know. No, 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 no. Es sieht cool aus aus wie. So und der andere Warze Konoxid, der legt seinen Spieß. Und entwickelt sich zu Tiamat. Das einzige Moss, was sich entwickeln kann, also das, dass es sich entwickeln kann. Jetzt haben wir wieder 2 Level 1 Monster. Ach, Agri kann immer noch ziemlich hoch kommen. So, ich muss mal kurz bei Japitos gucken können. Okay. Objektholer. Ah, okay. Schwächangriff, Feuer. Oh, cool. Das kann sogar alles ausrüsten, was das hat. FP-Meister. Das ist hier um die Sachen mit Widerstandsfertigkeiten, wie Giftwiderstand. Mal achten mal, jetzt braucht es zwölf. Jetzt braucht es elf. Davon gibt es mehrere verschiedene. Also von diesen FP-Meister, ich glaube, eins... Ach, ich weiß auch nicht mehr, für was die alles nochmal sind, aber... Ich meine, es gibt drei verschiedene. Hallo, Kind. Kann ich auch so richtig durchlaufen? Nö, so nicht. Natürlich nicht. Warum kann ich nicht durch Kinderhäuser laufen? Weil ich keine neue Map betreten habe. Also wenn ihr auf ein Kind zuläuft und plötzlich es einfach umfällt, dann sagt dem Kind, ey, komm doch mal wieder, wenn ich eine neue Map betrete. So, auf zum Tempel der Dunkelheit. Weiß ich überhaupt, wo der ist. Ganz zufällig, weiß ich es. Dann speichern wir mal. Und gehen zum Tempel der Dunkelheit. Lauf. Früher konnte ich den nicht hoch ohne meine Rayards. Jetzt anscheinend schon. Ich kann den Tempel der Dunkelheit fühlen. Schöne? Schöne? Es ist so schön, dass hier in der Dunkelheit ohne die Blüte Blüte blüte. Muss sein, weil die Schöne ist weg. Blüte Blüte? Als Schöne war in diesem Tempel, war es so schwarzen. Without sie, wir können nicht eine Sache sehen. Wer weiß, wir gehen. Ich finde, es ist ziemlich schwierig, um zu warmen mit einem Essen in Ratatask. Schöne. Oh, genau. Entschuldigung. Ich weiß, er ist ein Mehl. Aber irgendwie, komm mal, los. Ich glaube, es macht Sinn, dass das Tempel der Dunkelheit so... dark... Bist du Angst? N-n-n-not Angst, genau. Darken Plätze machen dich immer immer fragen, was in ihnen hängen könnte. Es gibt nicht viel, das mich schraubt, dank all der Trainings, die ich durchgebracht habe. Sheena, da ist etwas auf deinem Bein. Ah! Was? Was ist das? Es war nur ein Cobwebs. Oh, Cobwebs, richtig. Nicht mich so beurteilen. Das ist ein Training. Verdammt, Alice! Wie kann sie das mit Tenebrae tun? Die nächste Mal, wenn ich sie sehe, werde ich sie anziehen und in Flannor. Hmph. Sie sind zu schwer. Ich würde sie eine Runde mit ihr und sie schrauben sie von den Füji-Mountain. Ich verstehe, wie Sie beide fühlen, aber ich kann nicht sagen, dass ich Ihre Wahl anzunehmen. Schmerzige Worte sind die Verteidigungen von Problemen. Okay, dann. Die nächste Mal, wenn ich die Freude mit der Frau Alice mit der Frau Alice, Ich würde wirklich die Möglichkeit haben, sie mit Rösten zu schrauben und sie in den schönen Warten des Flannor. Hmph. Also ich fand, sie hat das sehr schön gesagt. Sie hat mir das sogar ein Lichtmonster. Das ist sogar sehr passend hier für das Gebiet. Was für Arzt kann der? Wow, sehr viel. Ja, sehr viel. Aber jedenfalls ist da auch eine Angriffsart mit bei. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Dullerhahn. Lamias Haargummi. Seid euch die Pfeifel! Halt euch das. Ich glaube, das war das, womit letztens einer gefragt hat. Letztens in Bezug darauf, als ich das Video dann aufnehme, ne? Am 145. Was meinst? Ah, das ist ja etwas gewesen, okay. Äh, wow, hast du einen langen Arm. Hey, ich hab jetzt das Level 50, ich sag mal, sind das deine Ohren? Auf welchem Level sind die beiden jetzt? Ich hab mich nicht drauf geachtet. Der Plus wird noch nicht weiterentwickeln, oder? Der ist, ne. Ah, direkt Level 10, okay, cool. Ah, das ist auch direkt schon rausgefahren. Zitronenkommi kann ich auch nicht tragen. So, schauen wir uns nochmal direkt hier mal ein bisschen um. Äh, da ist der Tod oder irgendwie ein Joker oder was auch immer das darstellen soll. Imitätspacken, das ist gut. So, kann ich die? Ja, die kann ich jetzt verschieben, ohne... Moment. Den möchte ich auch mal. Ah, bewegt sich nicht, scheint kaputt zu sein. Na gut, dann eben nicht. So, ich glaube, hier vorne ist das irgendwo. Also, Tenebrae ist... Alter. Was zum Teufel ist das da unten nochmal? Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo der Korps ist, ohne Tenebrae. Zulich, die anderen Centurionen nicht mit uns sprechen, wie es Tenebrae macht. Ein Busser von hilfreicher Schwierigkeiten. Ohne ist das, Emil, du bist in Ratatask-Mode für ein paar Jahre alt. Was ist da etwas falsch? Nicht falsch, wirklich. Shh, quiet! Was ist das? Ich höre die Vosierungen von innen. Es sieht einfach wie eine normalen Wand. Vielleicht wird der Sorcerer's Ring auch öffnen. Nein. Es sieht nicht so aus. Es muss irgendwo ein Schalter sein. Hm, es gibt einen Schalter. Ah, hier ist wirklich die Literatur.